So, hallo zu einem weiteren neuen Video hier auf diesem Kanal, wieder zum Thema Outriders. Und ihr seht es schon, ich habe mal kurz die Reisemap offen und es geht heute um die Map hier, Schlucht des gewaltigen Obelisken. In dieser Map versteckt sich eine geheime Nebenquest, wo ihr nur so drei Pillars anklicken müsst oder berühren müsst. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall einmal ein garantiertes Legendary. Dieses Ding funktioniert nur einmal und danach nicht wieder, aber wenigstens kriegt ihr einen Legendary relativ schnell. Das will ich euch mal zeigen. Also, pjottet euch hier hin, da seid ihr da aktiv. Und dann laufen wir auch direkt raus. Wir porten uns nirgends wohin, auch wenn man es gründet, aber brauchen wir nicht. Weil wir müssen ja am Anfang ein paar Sachen machen. Wir müssen nämlich einmal, also raus aus dem Camp laufen und da hinten das Ding anklicken. Die Kampfszenen werde ich wahrscheinlich gleich mal ein bisschen so per Video-Edit ein bisschen schneller laufen lassen. Sonst dauert das Video wieder zu lange und das interessiert euch nicht, wie ich da rumkämpfe. Also, aus dem Lager raus, links hoch anklicken. Dann geht ihr weiter. Aber ich portet, ist halt überall hier der Kampf noch aktiv. Sollte auch mal schießen lernen. So, ihr habt euch jetzt hier durchgekämpft gehabt. Dann müsst ihr einmal nach hier oben rennen. Dann gibt es nämlich hier den nächsten Pillar. Theoretisch auch eine Kiste und Eisen. Aber wir sind jetzt hier nur wegen die Pillars. Nee, nur deswegen sind wir hier. Genau. Dann gehen wir wieder zurück rein. Also, wie gesagt, einmal da hinten. Und dann, wenn ihr euch hier gekämpft habt, einmal da oben. Dann gehen wir weiter. An der Fahne vorbei. Und gehen in die Richtung. Weiter. Dann müssen wir uns hier jetzt auch nochmal einmal durchprügeln. Das einzige Part, der so ein bisschen nervig ist. Der nächste Pillar ist hier hinten. Wenn ihr die ganzen besiegt habt, den öffnen, da lang gehen. Und dann kommen wir schon an dem Raum vorbei, wo das Legendary drin ist. Nämlich, da dran ist es. Man sieht auch schon, der erste Pillar, der zweite Pillar. Der dritte fehlt noch. Dann kommen wir jetzt hin. Geht, wie gesagt, relativ flott. Ich glaube, waren es noch zehn Minuten. Ja, ich würde sagen, zehn Minuten braucht ihr ungefähr dafür. Jetzt müsst ihr euch noch in den, in das Ding reinprügeln. Also eigentlich nur noch hier vorne einmal aufräumen. Einmal hier öffnen. Und dann müsst ihr einmal ganz fix, oder, naja, ich könnte es auch nicht mehr machen, aber ihr müsst einmal bis dahin in den Durchräumen. Wenn ihr es gemacht habt, kriegt ihr die, da oben die Mission, vergessene Kapelle. Wenn ihr die Meldung bekommen habt, heißt das schon, ihr habt, ihr seid fertig damit. Nun müssen wir wieder zu dem Raum zurückrennen. So, hier angekommen, leuchtet jetzt das letzte Symbol und der Kreis. Dann könnt ihr jetzt an dem Pillar hier rangehen. Wieder Ehe gedrückt halten. Geht die schön auf. Und da ist euer Legendary drin. Für mich jetzt nicht, für mich ist ein Epic drin, weil ich das schon geholt habe. Aber für euch ist ein Legendary drin, wenn ihr die Meldung noch niemals vorgemacht habt. Oh, so, ich kriege so auch nochmal ein Legendary. Ach, bestimmt war ich mit der, mit dem Charakter, das noch nicht gemacht hat. Aber ja, wie gesagt, kriegt ein random Legendary raus. Wird meistens eine Waffe sein. Ich hoffe, es wird immer eine Waffe sein. Aber ja, das war's zum Thema Nebenquest, geheime Quest, wo ihr auf jeden Fall Legendary kriegt und die halt relativ schnell geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst gerne Feedback in den Kommentaren. Abonniert, liked, kommentiert. Alles für den Algorithmus, alles für mich. Ich wünsche euch noch einen... Also, hilft mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Wochenende, Jahr, Monat, Lebensabschnitt, whatever. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt safe auf Ender, Outrider. Bis dahin. Bye, bye. Euer C. Drakos.